Hallo YouTube, wir sind hier wieder bei meinem Bett irgendwie und so. Ja. Ähm, ja, okay, äh, nächstes Mal, nächstes Mal, nee, letztes Mal wollte ich ne Küste machen. Und das mach ich auch. Mach mal einfach kreuz und quer mal. So. In die Küste. Ich komme hier in. Ist sie gut. Okay, da können wir eigentlich was, was soll ich Zeug wie, äh, Dirt, Sand, äh, Cobblestone und so reinpacken. Das mach ich jetzt auch direkt mal. Okay, kommt jetzt sowieso direkt fest. Nein, kommt nicht mehr. Okay. Und die Erz, die unverarbeitenden Sachen, die könnte ich eigentlich auch noch da reinpacken. Also, Ors und so. Ähm, sonst gibt's da nix. Jo, gut. Ähm, okay, das könnte ich eigentlich auch wieder da reinpacken. Ähm, so. Und da kommt dann das ganze Dings, Bums, Teil, gibt's Zeugs, äh, oder so hier rein. Und da braucht man nämlich auch nicht so viel. Näääh, 48. Ähm, ja. Ist da schon was gewachsen? Juhu. Nein. Ist nicht, okay. Also, ist nicht, Beistrich, okay. So. Äh, warte mal, das Gehege wollte man noch mal, stimmt. Da muss ich hier, oder? Kann man auch noch durchgehen. Erstmal vielleicht ein bisschen kleiner. Kann man da nur noch drauf erweitern. Wie man gerade lustig ist. So. Aber jetzt brauchen wir wieder ein bisschen was. So, warte mal, hier, so. Ja, das ist eine Idee. Das ist sehr gut. So. Ich kann mich nämlich nicht auflaufen und sonst was machen, konzentrieren, das geht mir nicht zugleich. Das müsst ihr verstehen. Äh, so rum. Ja. Sieht schon besser aus. Ja, ja, so. 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 Und, ja, ist doch egal. Äh. Oh, haben wir sogar ein bisschen mehr als 64. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ge- Achtet. Wow. Fallschaden, wenn ich vom Haus jetzt hier weg springe und so. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Eine Frechheit sowas. So. So. Auf einmal mal rum hier. Rum. Hahaha. Ähm. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Okay, nehm. Ich kann es hier einfach so. Wie viel ist das denn noch? Zwei. Vier. Sechs. Wow. Keine Fackeln mehr. Okay, aber ich habe noch Dinge. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Zehn. Zwölf. Vierzehn. Sechzehn. Achtzehn. Zwanzig. 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 Und wenn ich hier... Wie viel Zähne machen wir hier? Nochmal zwei. Dann kann man genau irgendwie in der Mitte teilen, was irgendwie total blöd ist. Zwanzig. Zwanzig. Äh. Okay. Nummer zwei. Vier. Sechs. Acht. Zehn. So. Elf. Nochmal hier einfach noch. Die beiden waren es, glaube ich. Ja. Die beiden waren es. So, dann haben wir hier zwei. Vier. Vier. Acht. Zehn. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Zehn. Elf. Okay. Oh. Soll er symmetrisch werden hier? Deshalb machen wir hier einen doppelt fetten. Ne. Ähm. Zwei. Vier. Na raus. Raus. Dann weg. 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 Jo. Dann hier wieder. Und hier wieder. Und hier wieder. Und... Nein. Oh. Ich weiß nicht. Ich hab mir gedacht, ich schaff das jetzt. Ich schaff's nicht mal im Stehen. Wow. Äh. Äh. Geht sich schon irgendwie aus. Zwei. Vier. Raus. Raus. Hö. Achso. Nee. Was? Ja. So. So. So ist gut. Eigentlich... Nein. Okay. Dann mach ich keinen Ausgang. Dann ist da noch sechs Tore. Brauch ich noch? Sechs Tore. Auseinander geschrieben. Äh. 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 Was ist? So. Pam. So. Fertig. Hä? Also da. Vielleicht ich mich heute auch verwirren lasse. Ein Wahnsinn. Sowas. So. 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 Schieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt können wir dann eigentlich auch schon Tiere sammeln gehen. Jupp. Das machen wir auch gleich. Würde ich mal sagen. kann man es auch gleich ausrüsten quasi ich denke mal quallen so tintenfische kann man nicht jetzt fangen irgendwie oder vielleicht mit fisch oder käse ich denke sie sind nicht fangbar züchtbar und so und vielleicht gibt es hier irgendwelche eine schweineflöte hier schauen wir nach hast du das sind die spawner ok war das rosa blumen ich will jetzt gerade keine blumen ich denke mal da hinten aus rosen ist rosa rosa da ja habe ich zwar getäuscht aber dafür war direkt in der nähe was rosen ist rosen ist ja das ist mein direkt und die leckt ich bin die elektrik so äh komm raus da warte mal so ja nee so warte mal nein aus stevie wo das auch noch ein schwein es ersäuft komm her ach du so so spring 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 okay dann kommt ihr mit ist auch egal lassen wir ihn hier ertrinken könntest du bitte mitkommen danke ne so ja so kommt ach so ok da war wahrscheinlich eine liane oder so oder äh ding halt ding kennt jeder na so kommt bei fuß ich führe euch in einen engen raum und schlachthof und so aber ihr werdet ein bisschen spaß haben vielleicht zumindest joo brav gut macht ihr das sehr gut zumindest haben wir noch drei fleisch stückchen steaks weil es und ja dann können wir schon mal ein bisschen züchten ohne jetzt direkt die wieder töten zu müssen also schade ist schweine den creeper nicht angst machen wäre irgendwie cool und davon ist noch ein kamerad für euch ich denke nur an euch natürlich ja kommt mit gibt es was ganz lecker ich joo schade geht es nicht so kann man auf echt auf f8 kann man umstellen dann kann man auch hier ein bisschen kurz aber Wo ist denn das schon? Gut. Ist noch da, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Dann könnte etwas passiert sein. Gehaben, tun, sollen, können, Ding, X-Bums. Juuu. Wow, sieht auch sehr nach Ding aus. Nach der Bewegung, die man immer macht, wenn man... Ja. Wenn man ein Schwein vor sich hat. Mach ich in Wirklichkeit... Ist noch ein Schwein. Ich kann jetzt einfach nicht zurücklassen. Sind noch zwei Schweine, cool. Wow. Dann haben wir gleich die ganze Horde. Yay. Ähm. So. Warte mal. Warte mal. Warte mal. So. Dann nochmal 5. Fuf. Schweine. Wow, die werden ja immer mehr. Dabei hab ich denen noch nicht mal was zu fressen gegeben. Die vermehren sich jetzt schon wie die Kaninkel. Wow. Respekt. Perverse, aber Respekt. Komm her. Hallo, du. Ja. Hast mich wieder ins Visier genommen. Gut. Oder eben Fokus, wie man es auch nennen will. Je nachdem, von welchem Genre man kommt, nennt man es wahrscheinlich Visier oder Fokus. Oder, ja. Man nennt jetzt einfach gar nichts. Nein. Kommt mit. Kommt mit. Ich nenn nicht Freddy, weil du ein bisschen langsam bist. Bin voll da draufgegangen und so. Ey. Boah, Mann. Typ, ey. Alter, ich hab geschlagen. Nein, komm her, komm her. Schweinis. Oh, geht schon brav. Super hin. Äh, brav. Schnell. Ding. Ich will das noch Erfahrung. So. Ich bin nur sehr gierig, was das anbelangt. Kommt ihr auch. Ja. Sehr gut. So. Warte mal, ich hab die jetzt öfter gefüttert. Ach, das geht ja. Kannst du mich verarschen? Komm rein da. Rein. Hopp. So, gute Nacht. Jo. Haben wir zumindest mal ein bisschen Vorrat. An Freunden. Natürlich. Natürlich nur Freunde. Das wird um nichts anderes. So. Fräsen. Äh, warte mal. Haben wir nicht. Aber die Eimer können wir mal wieder runterpacken. Tun. So. Hö. Ach so, ich hab ja schon ein bisschen was verwendet jetzt. So. So. Ja, damit wir mal wieder ein bisschen Energie haben. Ist halt nun erstmal so. Geht halt gerade nicht besser. Aber wenn man es nicht so oft machen muss, dann stört es auch gar nicht mal so. Und später wird es dann blöd, wenn man mit Teleportern umso anfängt. Die brauchen nämlich auch Energie. Äh, ne, warte mal. Das geht jetzt schon das nächste rein. So. Mal schnell auffüllen und blicken hier. Mal schnell auffüllen und fertig sind wir erstmal. Letztendlich ein bisschen auf. Ist doch auch schon mal was. Juh. Au. Das ist fertig, denke ich mal. Ja, das ist fertig. Okay, die goldgelben hier sind schon fertig und die anderen noch nicht. Das ist gut zu wissen. Oh, das ist auch schon fertig. Noch irgendwas fertig. So, dann können wir hier mal. Hier mal. Ich hab gedacht, du bist gerade aus Goldgelb geworden. Ah, die noch nicht fertig. Nein, war klar. Ich hab ihn verschwendet. Ja. Gut, ist wieder noch Glitch. Ich hab mir schon gedacht. Glitch dich dann mal wieder runter, du Sau. So, gut. Was fangen wir uns als nächstes? Vielleicht Kühe, wenn es geht. Oder Schafe. Kühe wären praktischer, weil aus denen kann man auch Leder machen. Jo. Dann hampeln wir hier ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ja Kühe. Oh, cool. Sieht interessant aus. Oh, da hinten war ich noch gar nicht. Fällt mir gerade mal so auf. Tam, 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 tam. Ein bisschen Welterkunden gerade mal. Gehört auch zu, zu mein... Äh, dazu, zu mein Bau. Oh, diese RTL-Sendung. Oh, das sind... Oh, das sind Schweine. Schweine, 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 Schweine. Ich muss sie alle haben. Catch you mal. Warte mal, warte mal da. Ach so, ich hab grad gedacht, da werden Schweine unter Wasser wieder mal. Oh, Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, das ist auch gut, ja. Äh, ich brauch nur die Hühnchen. Gerade mal. Ich komm dann wieder zurück und werde dich... ...holen, komm. Ich werde dich holen, komm. Hahahaha. Äh, nein, ich... Das war nicht ich. Das ist... Gruselig. Alter, ist das hier wirklich so doof, oder? So, komm dann mal rauf hier. Ah. Äh, rauf hier. Ist es eben blöd, zu blöd hier rauf zu springen, oder? Ach, geht doch. Oh. Äh, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte nämlich nur rüber. Äh, äh, äh. Das ist leicht anstrengend. Ich glaub, ich mach mir ein Omelette ist dann bald. Sehr bald. Äh, welch weiß es eigentlich? Ich hab's schon wieder verloren. Aus den Augen. Und so. Ah. Sehr gut. Jetzt wird gemetzelt. Wui, wui. Ach, lauf doch nicht. Ach, kein Spaß. So. Hier zwei könntest du lieber machen. Äh, ich meinte küssen. Weil von küssen und so, äh... Ach, kommen die... Werden die Storche dann, äh... Und so. Und so. Ding. So, hier sehen wir wieder nach einem kurzen Absturz, aber... Den Schweinen geht's gut. Mir auch. Denk ich zumindest. Ich geh mal davon aus. Noch geht es ihnen gut. Jetzt geht's dann. Happy, happy. Nee. Äh. Erstmal hier rüber. Dann können wir eigentlich Klauch... Äh, Klauch-Eich. Klauch-Eich an Land. Äh. Darüber gehen. Das ist ein Ei. Sehr gut. Noch ein paar Schweinchen. Ach, das lohnt sich. Und der kleine Ausflug hat sich jetzt gelohnt. Das muss man jetzt mal so sagen. Ja, das schiebt mir gleich einen Arsch. Äh. An die Nase ins Gesicht. Und dann gibt's, äh... Essens... Nö, Gott. Ich... Ja, ich... Ich rede jetzt gar nicht weiter. Das ist... Es ist schon schmerzhaft, daran zu denken. Oder zumindest eklig. Ja, aber wirklich cool, wenn man Tintenfische züchten könnte. Oh. Ja. Oh Gott, das sieht falsch aus. Okay, ein Ei haben wir. Dann ein Hühnchen. Vielleicht können wir das Hühnchen noch irgendwie ins andere Gehege bringen. Vielleicht auch nicht. Das ist bei den Hühnern aber nicht so schlimm, weil die vermehren sich ja dann auch relativ schnell, wenn man mal die Eier hat. Und dann kann man zusätzlich noch da... Nein. Ich lasse ihn niemanden zurück. Okay, ein Schwein lasse ich zurück. Das ist der Außenseiter. Aber ab jetzt, wenn's geht, niemanden mehr. Oder niemand... Wollen wir gleich mittauchen? Ich kann den Moonwalk... So, gehen wir mal hier rüber. Komm mal mit. Hallo. Ja, auch du. Jetzt lass mich durch hier. Ja, so. Also, das ist ja wirklich eine Rasselbande hier. So, jetzt kommt mal rein hier. Ich komm mir vor wie der Typ mit den ärgsten Zuckungen, wenn ich hier drin stehe. Äh, äh, äh. So, weg, 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 weg. Nein, nein, nicht raus. Hallo. So. Ja, glitscht nur wieder rum. Ich will hier raus. So. Ah. Nein. Nein, nein, nein. Alter. Okay, ich glaub, für das Huhn gibt's keine Hoffnung mehr. Huhn, komm rüber. Hilf. Ja, jetzt können wir das gleich hier drüben bleiben. Achso, das ist... Hä? Alter, was geht denn hier ab? Nein. So, komm rüber her. Nein, ein Schwein, du nicht. In Panik. Okay. Dann lassen wir sie jetzt eine kurze Zeit lang drüben leben, weil wir, äh, Eier brauchen und so. Ich hab nämlich keine Eier. die, äh, die, äh, die, äh, wörtlichen Eier, nehm ich hier. Ähm, ja, und dann müssen wir sie abschlachten. Wenn wir genug Hünder haben. Das ist hier reinste Profitgemein... äh, äh, Gesellschaft. Aber gemein ist auch irgendwie... ja. Ja, 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 ich würde mal sagen, das ist wieder Ende von Part, vom Gelände und, äh, ja. Sieht irgendwie fast, fast ähnlich aus. Der klägt da. Mit dem, äh, ja. Äh, ja, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Also dann YouTube. Ciao.